Hallo Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Unboxing-Video. Wie ihr sicherlich schon am Titel seht, es handelt sich um die Collectors-Edition von Horizon Zero Dawn. Das Paket kam gerade an, ich bin gerade von der Arbeit wiedergekommen, kam gerade aus der Dusche und es hat direkt geklingelt. Und es kam übrigens nicht per DHL, nein, auch nicht per UPS, nein, auch nicht per Hermes und wie sie alle heißen, sondern von einem Amazon eigenen Lieferservice. Finde ich total geil, die haben mich heute am Mittag angerufen, weil ich war ja heute Morgen nicht zu Hause, weil ich war ja arbeiten. Und wann die mich wieder antreffen könnten. Und dann habe ich dann, weil fragt ihr so, wie lange fährt denn der Fahrt, bis 18 Uhr, dann habe ich so angegeben 17.30 Uhr. Jetzt kam der irgendwie so um 16.50 Uhr, kam der nochmal ein zweites Mal. Aber trotzdem, prima, die rufen an, die fragen nochmal, zweite Zustellung und so, total geil. Also finde ich richtig cool, weil mein DHL-Bote kriege ich das einfach nicht auf der Kette, mal bei meinen Nachbarn zu klingeln oder so. Der nimmt das Paket immer direkt mit und liefert das direkt immer in eine Filiale ab, sodass ich es selber abholen muss. Das macht natürlich ganz viel Sinn und so. Da brauche ich dann auch kein Amazon Premium eigentlich oder so oder Amazon Prime, wie es auch heißt. Und ja, nichtsdestotrotz ist für ein anderes Thema auf jeden Fall, ich habe ein Messer. Ich weiß noch nicht, was mich jetzt so großartig erwartet. Ich weiß gar nicht, was in der Collectors Edition alles drin ist. Das heißt, es ist für mich, so wie für euch, Neuland. Ich freue mich auch riesig auf das Spiel. Ich werde es gleich direkt antesten. Ich werde es, denke ich, auch mal irgendwann im Stream zeigen. Für ein Let's Play, sage ich schon mal vorab, ist es für mich zu viel. Es ist zu groß. Also die Zeit habe ich einfach gar nicht dafür. Und im Stream werde ich es mal zwischendurch mal so zeigen, wie es so ist und alles. Und mal ein bisschen was erklären oder so. Aber wie gesagt, für ein Let's Play, nein, definitiv nicht. Also das ist, da habe ich die Zeit gar nicht für. So, ich schaue mal hier. So, so sieht das Ganze aus. So kommt das Ganze an. Ich hole das mal raus. Das ist nur Karton. Das kann weg. Und da haben wir sie auch schon. Ich zeige es mal. Ich fahre mal so, dass man das mit dem Licht ein bisschen besser sieht. Und das ist also die Collectors-Edition von Horizon Zero Dawn. Ne, Collectors-Edition. Nur auf PS4. Ist ja ein Playstation 4-Exklusiv-Spiel. Ich drehe die Kiste mal so. Und dann steht hier hinten drauf, Earth is ours no more. In tausend Jahren in der Zukunft. Maschinenstreifen durch das Land. Und die Menschheit ist nicht mehr die dominante Spezies. Eine junge Jägerin begibt sich auf die Reise, um ihr Schicksal zu ergründen. Das werde ich sein. So. Sammler-Edition enthält. Da stehen noch die ganzen Sachen, was da drin steckt. Alles. Hier sieht man auch. Hier unten. Ich muss in die Kamera gucken. Hier unten sieht man auch, was das ist. Aber ich würde sagen, wir packen aus. So. Ich packe das natürlich wieder so aus, dass man das wieder verschließen kann. Weil ich meine Collectors-Edition eigentlich immer so wie da oben. Schau mal da. Da ist Resident Evil. Und da ist, uh, Moment, da ist Dishonored. Und ich mache das jetzt so, dass ihr das auch seht. Warte mal. Ich mache das mal anders. Ich muss da mit der Kamera ein bisschen rumwirbeln. So. Da sind wir. Ihr seht jetzt so, mein Kopf ist jetzt nicht so schlimm. Ich versuche das mal hier oben so ein bisschen einzuschneiden. Ja. Oh, hochprofessionell. Oh, professionell. So. Das soll ja wieder original verschlossen werden. Weil ich bin so ein Freund von Sachen, die verschlossen bleiben. So. Und dann mache ich das oben auf. Und... Ach, guck mal. Das ist ja cool. Guck mal. Dann macht man das hier oben offen. Und dann geht das so... Und dann ist hier oben so das Spielchen drin. Mit der... Das ist dann hier die, ähm... Ja, die Steelbox-Edition. Ja. Sehr schön. Da ist auch dieses drin. Na. Horizon Zero Dawn. Stellen wir mal da hin. Dann haben wir hier oben... Ich hoffe, ich habe den Code jetzt nicht gezeigt. Aber ich werde den, glaube ich, voreinlösen. So. Dann haben wir hier noch so ein... Warte mal. Warte mal. So. Das ist dann halt für die Bonus-Inhalte. Den werde ich mal ganz schnell weglegen hier. Nein, dann machen wir das hier so. So. Dann haben wir hier noch ein Büchlein. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier... Uah. Ich muss mir da mal eine andere... Oh, cool. Art of Horizon Zero Dawn. So. Ich packe mal die Kiste so ein bisschen nach da. Das ist ein bisschen düster hier gerade. So. Ich blätter mal offen. Das ist bestimmt so ein Art-Book oder so. Bisschen kleiner wie bei Resident Evil. Ich blätter mal so ein bisschen durch. The Art of Horizon Zero Dawn. Ich finde es ganz schön. Was haben wir hier? Art of Horizon Zero Dawn. Assassin. Das sind Editor, Designer und so. Hier sind Artworks drin. Oh, da bin ich sehr gespannt, ob wir das... Das ist ja cool. Ich weiß nicht, ob man das... Ich zeige das nochmal hier eben kurz. Die Stadt. Es gibt anscheinend doch noch eine Stadt. Also hier. Ich bin gespannt, ob wir das im Spiel sehen werden. Da bin ich sehr gespannt. Jetzt bin ich echt schon... Ich kann mir doch nochmal überlegen, ob ich davon ein Let's Play mache. Nein, aber das ist echt zu viel. Ah, hier nochmal so Artwork-Zeichnungen. Ich blätter mal ein bisschen grob und gröber durch. Hier auch nochmal. Und hier auch nochmal so abzeichnen. Ich weiß gar nicht. Wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nichts über das Spiel. Ich weiß nur, es soll echt ein Traum sein. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sind jede Menge Artworks. Gut, würde ich sagen, das ist dann das schicke Artwork-Buch. Ich hoffe, ich kriege das gleich alles wieder so angepackt. Weiß noch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier... Ich lege euch mal beiseite. Ich packe euch mal so hin, dass ihr das seht, was ich hier tue. So. Und dann... Ah, ist hier oben so ein Mini-Karton. Den packe ich mal hier hin. Und dann ist hier oben... Ich glaube schon, das Herzstück, glaube ich, der ganzen Collectors-Edition, wo nochmal der Rest drin ist. Ich mache das mal so. Und dann seht ihr das. Da, zack. Da ist da drin nämlich so ein... Nochmal ein Karton im Karton. Quasi. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt raus, ohne dass ich den Schubber-Karton kaputt mache. Ich will natürlich nichts kaputt machen davon. Ich hole das mal von... Ich hole mal unten einen runter. Wollte ich gerade sagen. Jetzt geht das nicht ab, oder was? Die Luft presst dagegen. So. In diesem Karton hier ist dann nichts mehr drin. Den schau mal beiseite. Und dann haben wir noch diesen schönen Karton, der mit den Bildern von diesen Roboter-Dinosaurern, da bin ich sehr gespannt, wie die so sind. Da haben wir noch die... Oben ist... Wie kriege ich das denn da raus? What the fuck? Ich muss es selber erst mal gucken. Ich glaube, der Rest ist alles in so einem Karton in Karton. Die Kartons werden immer kleiner. So wie so eine Matroschka, weißt du? So eine russische Matroschka. Alter. Okay. Kann ich den ausschütten? Ich will den ungerne... Okay, das funktioniert nicht. Ich versuche das nochmal hier unten. Also die Ideen mit den Kartons finde ich nicht so toll, muss ich sagen. Als hätte man... Toll. Der ist auch wieder leer. Ihr seht, das ist nur... Verpackung und Verpackung. Das war's. Das war die Collectors-Edition von Horizon Zero Dawn. Und wir sehen uns wieder. Ciao. Nein, Quatsch. Jetzt muss ich mal gucken, wie ist das denn hier? Wie macht man das denn offen? Ich glaube, hier ist so ein... Ah, hier. Und noch ein Karton. Und... Oh, schön. Chiropor. Das habe ich mir so ein bisschen gewünscht bei Resident Evil. Das ist ein bisschen gesaveter ist. Weil es kostet doch schon viel Geld, muss man ja sagen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier... Alter. Sogar das Playstation-Logo drauf sieht man das? Ich bin, glaube ich, im Gegenlicht. Das ist nicht gut. Oh Gott. Ich stelle das mal so. Ich kriege das so besser raus. Oh Gott. Das haben die aber echt gut verpackt diesmal. Ich mach das mal so. Ein leerer Karton. Ihr müsstet das mal... Ich zeige euch das mal. Warte mal. Guck mal. Karton über Karton über Karton. Die Collector's Edition besteht nur aus Kartons und aus Styropor. Das ist so dumm. Okay, hier drum ist auch nochmal so ein... Hier werde ich mal ein bisschen vorsichtiger schneiden. weil man weiß ja, Styropor ist ja immer so eine Sache, ne? Dann fliegt er immer so gerne rum und man kriegt das jahrelang nicht unter der Couch weg. Ich will leider drin auch nichts kaputt machen. Ich glaube, ich habe... Habe ich alles? Ich habe alles. Das große. Ich hoffe, ich habe es richtig rum. Ich schaue mal eben. Ja, ich habe es sogar so, dass ihr es jetzt direkt sehen könnt. Ich mache das mal so. Ne, ist doch falsch rum. Mir fällt schon die Hälfte entgegen. Okay, ich lasse das doch mal liegen. Ist, glaube ich, besser. So. Das ist nur ein Styropor. Und da haben wir schon quasi schon... Die Figur. Ich zeige es dir mal. Ich packe die jetzt gleich mal... Oh, ich packe die gleich mal aus. Ich glaube, ich packe die mal eben aus. Dann seht ihr das mal. Das ist die Hauptcharakteren, die wir spielen im Spiel Horizon Zero Dawn. Das war es schon. Ich dachte, da ist noch mehr dran. So, ich packe das mal eben hier so drumherum. So, Moment. Nichts kaputt machen hier. Oh. So, hier drum ist noch. Ich glaube, den Bogen lasse ich mal verpackt. Und dann zeige ich euch das mal. Ich habe so wenig... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Licht hier. Ich mache das mal... Ist das so irgendwie? So ist doof, ne? Ich glaube, so... Ich glaube, so kann man das dann besser sehen. Ich mache das mal so. Ich zeige euch das mal. Ich habe die Lampe jetzt umgekippt. Das ist also die... Alter, voll überleuchtet jetzt. Warte mal, machen wir mal so. So, ich zeige euch das mal. Das ist also unsere Hauptcharaktere. Es ist schön detailliert, muss ich sagen. Und hier ist der Bogen noch eingepackt. Ja. Also den Bogen habe ich eingepackt gelassen. Gehen wir mal mehr ins Lichtchen. Das ist hier echt... Das ist so ein bisschen so... Fühlt sich so an wie so... Ja, ist Kunststoff. Hier unten liegt nur so ein Roboter-mäßiges Ding. Ich drehe mal die Figur. Man kann hier dann noch die Pfeile, glaube ich... Ich weiß gar nicht. Hier sind noch Pfeile dabei. Hier. Die sind noch als Bonus dabei. Ich weiß nicht. Ich glaube, die kann man... Kann man die irgendwo in den Kücher stecken oder so? Oder... Das wäre jetzt noch das Geilste, wenn man damit noch schie... Ich glaube, man kann sogar damit schießen. Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist die Figur. Und ich finde die echt hübsch. Also ich muss sagen, echt geil. Also Hut ab. Jupp. Ihr seht das mal. Ich zeige es auch im Detail immer so ein bisschen. Damit ihr das mal ein bisschen sehen könnt. Wie die Verarbeitung ist. Also es sieht echt toll aus. Also super. Echt schön. Finde ich ein Traum. Collectors Edition liegt im Preis bei... Ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Moment, ich versuche mal ruhig zu halten, die Kamera. So. Liegt im Preis bei, ich glaube, 132, 135 Euro. Ich glaube, ich glaube so um den Dreh. Mich wundert gerade ein bisschen was. Gut, hier ist die Beschreibung. Die Pfeile... Ach so, die Pfeile, ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Die Pfeile sind quasi, die kommen... Ich zeige es mal eben. Huh. Okay, hier drunter ist eine Plastikhaube. Dieses Monster hat hier so zwei Pfeile stecken quasi. Das ist so... Die hat sie damit erledigt quasi. Ja, ich finde es sehr schön. Ich muss selber nochmal eben kurz was gucken. Weil mich wundert ein bisschen, was hier steht. Nämlich drauf, was ist denn da drin erhalten? Ein Horizon Zero Dawn of Blue, it is Steelbook-Gehäuse. 23 cm große Statue der Jägerin Alloy. Gestaltet von Gentle Giants. The Art of Horizon Zero Dawn. Das war das Artbook. Das haben wir ja. Dynamisches Design für PS4 ist auch mit dabei. Bonusgegenstände im Spiel. Outfit und so weiter. Kaya-Händler-Paket. Bunko-Vorbereiterin-Outfit. Also mehrere Outfits sind noch dabei. Aber vom Materialienwert her ist es, wie gesagt, ist halt die Figur, das Artbook und so. Ich finde es sehr schön. Ist vom Preis her, würde ich sagen, ein bisschen überteuert. Meiner Meinung nach, weil für diese Figur und das Spiel jetzt, naja, da fand ich Resident Evil schon irgendwie cooler. Für 100, 100 Euro war das, glaube ich. Plus Spiel, da muss man ja rechnen. Finde ich Horizon Zero Dawn ein bisschen teuer. Ich bin gespannt aufs Spiel. Wir sehen uns in der Let's Play Live-Show wieder. Und ja, bleibt mir treu. Ich versuche das Video gleich nochmal eben schnell hochzuladen, damit ihr es seht. Bis gleich.